Herzlich Willkommen zum dritten Teil des Adventspezials, natürlich heute zum dritten Advent, wunderschön. Und zwar könnt ihr diesmal gewinnen vier Packungen von der Vekohansdampf, die ich im letzten Adventspezial, beziehungsweise im ersten meines Erachtens, oder im zweiten, ich weiß gar nicht, so befürwortet habe. Davon könnt ihr vier Packungen, also insgesamt 32 Stück gewinnen und die Teilnahmebedingungen sind natürlich ganz einfach. Einfach einen Kommentar schreiben mit, ich möchte gewinnen oder irgendwie so in die Art. Ihr könnt dem Video gerne ein Like geben, ihr könnt mich super gerne abonnieren, würde mir sehr helfen, zeigt mir, dass ihr Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich sagen, seht ihr jetzt auf der Endcard die zwei Gewinneauslosungen von dem ersten und zweiten Advents. Die Gewinner bitte innerhalb der nächsten Woche melden, wenn es geht. Bis Ende des Jahres habt ihr aber im Endeffekt Zeit. Und dann würde ich sagen, bis dahin, viel Spaß.